Was ist das Thema Business Intelligence, Datenanalysen und Daten, dem Management von Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen? Bei Ihnen gibt es auch eine Lösung dazu? Ja, das ist richtig. Wir setzen da auf der Lösungsplattform von der SAP auf, das Business Warehouse von der SAP, haben für unsere Kunden und für unsere Einrichtungen mit den Softwareprodukten ein Produkt entwickelt, was wir Clinical Cockpit nennen. Was die Finanzbuchhaltungsdaten, die Daten aus der Patientenverwaltung, die Daten aus dem klinischen System in einer gemeinsamen Datenbank vorhält und für Analysezwecke zur Verfügung stellt. Zielgruppe dürfte das Management im Krankenhaus sein. Welche Anforderungen, welche besonderen Anforderungen stellt dieses Management? Das Management möchte natürlich jederzeit kurzfristig aktuelle Datenbasen haben, auf einem Knopfdruck im Prinzip das gesamte Krankenhaus mit Kennzahlen haben und das ist auch der Einstieg in unser Clinical Cockpit. Sowohl der Geschäftsführer als auch der Leiter der Finanzbuchhaltung sieht auf der Einstiegsseite die für ihn relevanten Kennzahlen und kann aber bei Bedarf auch in die tiefere Detailanalyse einsteigen. Wie ist der Einsatz dieses Clinical Cockpits im Markt? Gibt es da schon Referenzkunden? Ja, es gibt Referenzkunden. Wir haben das Produkt selber entwickelt mit einem großen Klinikum bei uns in Nordrhein-Westfalen, ein 600-Betten-Haus und haben dort die ersten Anforderungen im Prinzip in einem Prototypen umgesetzt und sind jetzt aber auch dabei, das bei weiteren Kunden zu implementieren und auch schon im produktiven Einsatz zu betreiben. Dankeschön!